Hallo Leute und willkommen zur nächsten Runde Star Wars Forst Collection. So, ja, es geht weiter. Und zwar Slate. Anscheinend gibt es ein Update. Geil. So, ihr werdet gleich live mitbekommen, wie ich versuche, den lieben Surprise zu adden. Weil er es anscheinend nicht hinkriegt oder ich einfach die Anfrage nicht mitbekommen habe. Vielleicht sehe ich es ja jetzt. Ansonsten werde ich ihn einfach adden. Live. Mehr oder weniger live. Unlive. Äh, was? Nicht antworten? Was ist denn das? Nicht antworten, nein. Ach, oh Gott. Heutiges Quiz. Wer wurde auf Callist 6 geboren und war Luke Skywalker's Bordschütze bei der Schlacht von Mut? Ach, du Scheiße. Äh. Ich glaube, der hieß Vetsch, oder? Ja. Vetsch. Fuck. The Dark Ralter. Okay. Ah, Mann. Okay. Aber, ey, krasse Fragen, hä. Ich wollte das nicht googlen. Cool. Sehr geil. Auf jeden Fall. So. Verbündete. Nachrichten. Für, ne, Leitzeitcarts. Ah, äh, Leitzeitcarts. Ah, äh, Leitzeitcarts. Ähm, Moment. Warte. Schreibe ich gleich zurück. Erst checken wir mal alles durch. Gratis. Gott, mein verfügbar. Ja. Gratis. Oh, hab ich viel. Ja, ich hab leider nichts gemacht über die beiden Tage jetzt. Ihhh, häslich. Starte. Vollprobe ist vorbei. Rang 7. Ey, ich scheiß, was soll ich wieder ab? Ne, doch nicht. Ich würd so gern mal nochmal aufsteigen. Aber ich spiel eigentlich in letzter Zeit wirklich, ähm, nicht sehr aktiv. Ja, so WW Supercard sowie, äh, Star Wars Force Collection. Ähm, because of, äh, neues Spiel, was ich entdeckt hab auf dem Handy. Ähm, ja. Okay. Leitzeitcarts. Oh. Okay. Gut. Hab ich nichts dagegen. Alles annehmen. Eine Legion. Piltring. Äh, gehen wir mal kurz auf Ziele. Vielleicht hat sich da irgendwas zurückgesetzt. Äh, ne, Herausforderung. Gibt's denn da was Neues? Platin gibt's ja auch. 500 Kämpfer als Angreifer gewinnen. Ähm, wir haben halt noch, wir haben noch nicht mal die 300, Alter. Musterfarbe abschließen. Ich hab grad mal ein Platin-Karten-Pack. Ach du Scheiße. Äh, jao. Ach, so, dann werden wir mal den lieben Sprys adden. Um den zufügen. Spieler suchen. Nach Level. Spiele-ID. Spiele-ID. Nach Level. Spiele-ID. Ah, okay. Ah, okay. Äh, äh. Nee. Also anscheinend muss man da dann die Spieler-ID eingeben. Ja. Du kannst mir ja per PN wenn du halt die Spieler-ID nicht öffentlich sagen willst, was ich dir nicht empfehlen würde, kannst du mir ja per PN über YouTube als persönliche Nachricht, das sollte normal gehen, eine, ähm, deine Spieler-ID schreiben, wenn du willst, dass ich hinzufüge, weil ansonsten geht das halt eben nicht. Ja. Ja. Ja, leider nicht. Eins hab ich noch frei, das wär dann für dich. Ja. Also kannst mir dann über PN per YouTube, ich muss grad mal gucken, ob das, normalerweise hab ich das aktiviert, dass das geht. Ich guck grad mal nach. Sollte normalerweise. Gehst dann halt auf die Kanal-Info, auf dem Kanal und, äh, ja. Sollte normal gehen, also sollte nicht deaktiviert sein. Gut, also ich hoffe, dass das dann jetzt angekommen ist, also kannst du mir dann deine Spieler-ID senden, wenn du magst. So, dann würde ich sagen, Lean and Z-War, Start 16. Also morgen. 0 Uhr. Äh, ja. 16. um 0 Uhr. Also, 2 Uhr. 3 Uhr. Das ist jetzt so eine Sache. Ich denke, dass es dann morgen startet. Also, in zwei, also in drei Stunden, dann. Das ist, finde ich richtig scheiße. Mann. Habe ich jetzt ehrlich gesagt, sehr was dagegen. Weil dann, da kann ich nicht da sein, in zwei Stunden pennig auf jeden Fall schon. Finde ich nicht cool. Und morgen in zwei Stunden pennig dann auch schon. Scheiße, ne? jetzt kommt die erste Area oder die zweite. Ich weiß nicht mehr genau. gehen wir weiter. Ne, war noch die erste Achtung. Schande. Ja. Und das war's. Ganz Tal. Ja, also können wir gerade mal noch mal im Chatraum gucken, was. Ähm, ein paar Blasch, hab's. was. Ah, ja. 4 zu 7, 8 zu 15. Was. Stich ist. Aber ich denke, dass, ja. Okay, dann, äh, auch gerade noch die Nachricht, also. Mensch, Gott, muss noch gucken. Karten, ähm, im Besitz. Ähm, hell. Hm. Oh. 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 Was könnte ich tauschen gegen einen Jabber? Gucken wir mal in der Formation, weil da sind ja die besten Karten drin. So, Nachricht. so ja mein eigentliches scheiße das kann jetzt auch richtig gewesen sein ist mir egal belehrt mich doch traut euch eh nicht so dann machen wir noch ein bisschen kampfel ändern wenn ich hab mal gar nichts mehr so klar alter vater nichts feuerregenpanzer tfati alter vater gar nichts den kümmern probieren den auf max level zu kriegen das ist ja level 9 schon was bin ich für level ja keine ahnung ich probiere mal da probieren geht über studieren naja kommt drauf an eigentlich wohl besser studiert ne das war schlicht den müsste ich aber packen komm gut man geht falsch bitte ne ich glaub das verliere ich das also ein sauhoes level und sauhohe kosten wäre das geht mir irgendwie so gar nicht ab das sowas und noch karten Packs anscheinend über neun zu gut die Stimme die ist gedacht nichts Gutes dabei die die an der Präscher 5 von dass das halt andere aber ohne gesagt und glaubt ist abgenommen in einer hinsicht weise also bitte scrolle hey du kannst du wirst jetzt nicht abgeschmiert sein spiel das geht gar nicht so wie es aussieht habe ich bloß 6 grad kaputt gemacht gut dann gibt es gold karten ticket leider dann das nächste mal je nachdem wie ich es hin bekomme gibt es dann am samstag vielleicht sogar ein stream aber wenn es ein stream gibt jetzt wie schon mal erwähnt da vorher ein video dazu geben also an kündigungs video und das wird auf twitter angekündigt und er hat also das preis denkt an mit an wenn du das unbedingt willst also wenn du mir deine spieler die geben willst dass er sich halt hinzufügen kann dann muss mir die halt per youtube pn schicken gut dann vielen dank fürs zuschauen euch allen ich hoffe es hat euch dann soweit gefallen zwar zwar nicht so viel zu tun aber nun ja das kann sich ja dann fürs nächste mal noch ändern ist jetzt wochenende ist noch mal legions at war wo ich noch mal ein bisschen was rausholen kann werden tun machen dann sehen wir uns wieder am dienstag oder entweder morgen oder beim möglichen live stream oder eben beim nächsten video ja gut dann ciao ja ja Brrrr.